Metal Leute, Servus und Willkommen beim Drachen. Kurz um mich abgelogen, das mit dem Video war keine Absicht. Ich bin gestern um 8 Uhr ins Bett, frühs, und bin aufgestanden um 19 Uhr. Ich wollte aber eigentlich um 1 Uhr aufstehen, aber anscheinend war mein Körper so fertig von dem ganzen Durchmacher in den letzten Tagen, dass er einfach sich den Schlaf geholt hat, den er brauchte, das ist nämlich immer so eine Sache. Ja, das Video hier ist ein kleiner Zwischenvlog. Die Sache mit WoW ist jetzt die, dass ich bei WoW momentan ganz gut zurechtkomme eigentlich. Ja, ich spiele im Moment auf einem PvP-Server. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie es passiert ist, dass ich überhaupt geleakt wurde. Naja, na gut, ich habe jetzt meine eigene kleine Gilde. Ihr braucht mir gar keine Anfragen schicken, das werde ich nicht annehmen. Das wird schlussendlich gleich meine Gilde sein, mit meinen kleinen Chasteln. Um die einfach ein bisschen zu pushen und da einfach ein bisschen so den Namen, die Sache offiziell einfach für mich zu haben. Na gut, aber das war es dann eigentlich auch dabei, jetzt soweit da zur Show. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit dabei. Also, Pause rein. Euer Drache. Bis dahin. Tschö, tschö. Das Video machen, schneiden, rennen und hochladen in genau dieser Reihenfolge. Ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Also, was auch immer, egal, ist gut. Ich hoffe, die Leute schauen nicht mehr, wenn sie es vögeln. Wenn sie es vögeln? Wenn sie es vögeln sind. Wenn sie es vögeln. Bis zum nächsten Mal.